Musik Hallo liebe Kinder, liebe Playmobil-Fans! Heute basteln wir diese schönen Bücher für unsere Playmobil-Figuren und das hat uns so viel Spaß gemacht, dass wir nicht nur ein oder zwei gebastelt haben, sondern ein Schreibheft für Lena, ein Malheft für Anna, ein Kochbuch für Mama und ein Notizbuch für Papa, sodass alle etwas haben. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr da auch ganz viele in unterschiedlichen Farben und Mustern machen. Wenn euch dieses Video gefällt, vergesst nicht einen Daumen nach oben zu geben. Und jetzt fangen wir aber an zu basteln. Was ihr zunächst einmal braucht, ist schönes buntes Papier. Das kann einfarbig oder gemustert sein, aber es sollte etwas dicker sein, damit man damit den Umschlag machen kann. Dann braucht ihr noch weißes Papier, einen Tacker, ein Lineal, ein Bleistift und eine Schere. Als erstes malt ihr auf das weiße Papier einen 2 cm breiten Streifen auf. Den schneidet ihr dann ab. Dann unterteilt ihr den Streifen in 3 cm lange Abschnitte und schneidet die dann auch zu. Jetzt nehmt ihr ein buntes Papier und schneidet dort auch ein 3 x 2 cm großes Stück ab. Dann faltet ihr diese Blätter, so wie ihr es hier seht, und schiebt alles ineinander. Dann könnt ihr schon mal sehen, ob alles gut passt. Und jetzt müsst ihr es in der Mitte zusammentackern. Dazu klappt ihr alles nochmal auseinander und tackert es so fest. Damit ihr genau die Mitte trefft, empfehle ich euch, den Tacker schon ohne Blätter einfach nur mal zusammenzudrücken, damit die Klammer schon mal ein bisschen rausschaut. Und dann seht ihr genau, wo ihr den Tacker ansetzen müsst. So, das erste ist schon fertig. Und jetzt machen wir das nächste Notizbuch mit einem Gummiband. Dazu schneide ich mir diesmal ein Stück blauen Karton aus. Und mache ein Notizbuch, wie gerade vorhin beschrieben. Jetzt braucht ihr eine dicke Nadel, um auf der Rückseite zwei Löcher hineinzustechen. Bitte passt auf eure Finger auf. Ihr könnt auch einen dicken Karton drunter legen und dann die Löcher reinstechen. So, jetzt brauchen wir ein ganz normales Gummiband. Und damit ihr das besser durch die Löcher durchfädeln könnt, schneidet ihr einfach das Gummiband spitz an. Wenn es noch ein bisschen zu lang ist, dann zieht ihr einfach unten nochmal ein bisschen fest und schneidet dann den überschüssigen Gummi hinten ab. Dann müsst ihr nur noch die Enden hinten mit etwas Klebeband festkleben, den Rest abschneiden und schon ist das Büchlein fertig. Ihr könnt die kleinen Bücher jetzt noch anmalen, mit Aufklebern bekleben oder Schulhefte daraus machen, was euch gefällt. Wir wünschen euch auf jeden Fall schon mal viel Spaß dabei und am Sonntag basteln wir noch die passenden Stifte dazu. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr hier gleich weiterschauen mit einer Geschichte von Familie Hauser. Und wenn ihr neu bei uns seid, dann könnt ihr uns über diesen Link hier abonnieren. Das ist selbstverständlich kostenlos und wir freuen uns auf euch. Tschüss! Bis zum nächsten Mal!